Hi Leute und willkommen zum wöchentlichen News Roundup hier auf MRTV. In dieser Folge werden wir darauf eingehen, warum Project Cambria vielleicht nicht das VR-Headset sein wird, auf das du dich gefreut hast. Oder vielleicht ist es sogar genau das Headset, auf das du gewartet hast. Wir werden es jedenfalls herausfinden. Natürlich gibt es auch andere Neuigkeiten, die letzte Woche spannend waren. Also nichts wie los. Die erste News, um die es diese Woche geht, hätte mich, wenn es VR in dieser Form damals schon gegeben hätte, vor 10 Jahren völlig aus den Socken gehauen. Assassin's Creed bekommt einen VR-Ableger und zu diesem Spiel ist nun auch ein erster Leak aufgetaucht. Wir sehen zwar nur eine kurze Menüführung, aber das gibt uns einige Aufschlüsse darauf, über den potenziellen Inhalt des Spiels. Ezio Auditore wird zurückkehren und wir werden die Rolle des legendären Assassinen übernehmen. Für mich hört sich das nach einer zunächst recht guten Nachricht an, da Ezio bis heute einer meiner absoluten Lieblings-Videospiel-Charaktere ist. Mich hat seine Geschichte damals einfach sehr fasziniert und besonders Assassin's Creed Brotherhood war lange Zeit mein Lieblingsteil der Serie. Laut dem anonymen Leaker werden wir jedoch nicht nur in die Rolle von Ezio schlüpfen, sondern weitere bekannte Assassinen verkörpern. Mich persönlich reizt da allerdings nur noch Alter Ehr aus dem ersten Teil. In dem VR-Ableger werden wir natürlich die gängigen Waffen eines Assassinen nutzen. Darunter fallen dann Armbrust, Schwert, Wurfmesser und natürlich die versteckte Klinge. Hoffentlich müssen wir uns dafür keinen Finger abhacken. Gut, dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Wo wir wohl Kompromisse eingehen werden müssen, ist die Beweglichkeit. Das ist aber auch verständlich. Schließlich kann man nicht von jedem VR-Gamer erwarten, über die Dächer seiner Stadt zu springen. Das Problem, was ich allerdings zusätzlich sehe, ist die Marke an sich. Assassin's Creed hat sich für mich leider über die Jahre hinweg stark abgenutzt. Aus Nostalgiegründen werde ich mir den Titeln natürlich mindestens mal ansehen, aber meine Erwartungen halten sich gleichzeitig auch in Grenzen. Es ist auf jeden Fall schön, von Ubisofts VR-Spielen etwas Neues zu hören. Allerdings haben wir nichts davon auf dem aktuellen Gaming-Showcase von letzter Woche gesehen. Daher sollten wir nicht mit einem Release vor 2023 rechnen. Große Marken müssen nicht zwangsläufig auch gute Qualität bedeuten. Ob Assassin's Creed es schafft, Gamer für VR zu begeistern, werden wir abwarten müssen. Millionen von VR-Enthusiasten sollen durch die PlayStation VR 2 hinzukommen. Zumindest wenn es nach Rensrey Vichranjowicz geht. Der CEO des Entwicklerstudios von Green Hell ist davon überzeugt, dass das kommende VR-Headset von Sony mehr als überzeugen wird. Besonders die Controller sollen dabei durch das haptische Feedback für ein immersives Erlebnis sorgen. Vichranjowicz bestätigt damit die Aussage anderer Entwickler, die sich bereits positiv über die PSVR 2 geäußert haben. Die PSVR 1 hat sich etwa 5 Millionen Mal verkauft. Das war für Sony offensichtlich ausreichend, um zu entscheiden, ein Nachfolgermodell zu entwickeln. Und wenn es nach der Prognose von Vichranjowicz geht, dann wird die PSVR 2 die Verkaufszahlen ebenfalls erreichen und sogar übertreffen. Auch wenn das alles erstmal euphorisch klingt und wir uns offenbar auf ein cooles Headset freuen dürfen, sollten wir einen Aspekt dabei nicht vergessen. Sony hat bis heute Schwierigkeiten, die PlayStation 5 auszuliefern. Wie also soll sich ein Zubehörteil für die Konsole grandios verkaufen, wenn die Konsole sich an dieser Stelle aufgrund von Lieferproblemen schon schwer tut. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich finde die PS5 eine überragend gute Konsole. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Sony mit der PlayStation VR 2 einen neuen Standard im VR-Markt setzen wird. Aber letztendlich muss ich das Gerät ja auch verkaufen und für Sony rechnen. Und ob das so aufgeht, wie Sony sich das denkt, das sollte man aktuell zumindest in Frage stellen. Auf einer Fläche von 1550 Quadratmetern eröffnet Meta seinen ersten Store. Solltet ihr mal in Kalifornien in diesem Store landen, könnt ihr euch dort eine VR-Brille kaufen und entsprechendes Zubehör erwerben. Doch nicht nur das, denn die Idee ist, dass die Besucher vor allem eine Idee des Metaverse bekommen und die Vision des Konzerns nach einem Besuch besser verstehen. Mark Zuckerberg hat allerdings nach einem Bericht von Business Insider Probleme, seine Belegschaft vollständig hinter sich zu vereinen. Laut den Aussagen von ehemaligen und noch angestellten Mitarbeitern ist Zuckerberg an keinem anderen Thema mehr interessiert. Konversationen über das Tagesgeschäft, die nicht das Metaverse betreffen, seien daher quasi nicht mehr möglich. Das lässt zum einen durchschimmern, dass die Umbenennung des Konzerns nicht nur ein simpler Marketing-Gag war und unterm Strich alles beim Alten bleibt. Zuckerberg ist vom Metaverse absolut überzeugt und beißt sich an diesem Thema hartnäckig fest. Wir sollten uns nur die Frage stellen, wollen wir ebenfalls das Metaverse, was sich Mark Zuckerberg vorstellt? Weil wir gerade bei Mark Zuckerberg sind. Ein Facebook-Post von ihm hat zahlreiche Vermutungen zu Project Cambria bestätigt. Das Headset wird nicht auf Spiele ausgerichtet sein. Stattdessen wird es sich auf Arbeitsanwendungen konzentrieren. Zuckerberg möchte, dass das Gerät irgendwann unsere Laptops und Arbeitsgeräte ersetzt. Wie wir bereits berichtet haben, wird das Headset Full Color Pass-Through bieten und soll daher in der Lage sein, VR mit der Realität um uns herum zu kombinieren. Außerdem werden wir Eye- und Face-Tracking an Bord haben, was nach Zuckerberg ein noch nie dagewesenes Gefühl der Präsenz vermitteln soll, wenn wir mit anderen in VR kommunizieren. Ehrlich gesagt ist das ein ziemlich kluger Schachzug von Meta, da sie mit Cambria nun einen Markt abseits von Gaming erobern wollen. Den Business-Markt. Wenn es das Ziel ist, dass dieses Headset am Arbeitsplatz den Laptop ersetzt, dann bin ich wirklich gespannt, wie sie das erreichen werden. Wenn Meta mit dem Produkt so erfolgreich ist, dass sie davon Millionen verkaufen, dann sollten sich Unternehmen wie Apple langsam aber sicher mal trauen, ein Produkt vorzustellen, das eine Alternative zu Meta bietet. Da Cambria nun offensichtlich den Business-Kontext im Fokus hat, würde mich sehr interessieren, ob ihr euch dieses Headset trotzdem oder vielleicht gerade deswegen zulegen werdet. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Gut, das war's schon für diese Woche. Schön, dass ihr dieses Video bis zu dieser Stelle angesehen habt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben bitte nicht. Und sollte euch das Thema VR und AR interessieren, dann habe ich noch einen ganz heißen Tipp für euch. Kanal abonnieren und sich auf weitere Videos hier bei MRTV freuen. William out. Das war's schon, ciao. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden fall. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank.